Hallo, ich bin Katharina, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Spock. Spock ist eine Flohmarkt-App für schöne Dinge. Das heißt, eine Smartphone-App, wo man sehr, sehr einfach seine Sachen verkaufen kann und aber auch sehr leicht neue Sachen in der Umgebung entdeckt. Wir sind vor eineinhalb Jahren damit gestartet und mittlerweile haben wir über drei Millionen Nutzer und weit über fünf Millionen Produkte werden schon gehandelt darauf.